Das Hotel Bliss Seaside liegt in Galaxies in Mal. 33% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. 6 Gästen haben das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,4 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 6 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Ein gutes Sport- und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,5 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,3 von 6 Sonnen. Astronomie. Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,4 von 6 Sonnen hat es gereicht. Lage und Umgebung. Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,3 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,6 von 6 Sonnen. Zimmer. Für die Zimmer des Hotels gibt es nur 2,6 von 6 Sonnen, was eine Unzufriedenheit der Gäste widerspiegelt. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.